Ich kann mir nicht vorstellen, Kinder zu haben. Single as a Pringle hier. Ich hab keinen Freund, ich hab noch nicht mal Dates. Eine der dünnsten Aussagen, die ich kenne, ich nehm das als Humor. Jemand hat das grad geschrieben oder auch gelöscht. Heiratze Monte, der kann's dir das leisten oder der kann dir das dann holen. So, passt auf. Abgesehen davon, es geht jetzt gar nicht um Marcel. Niemals will ich auf der Tasche von einem Typen sitzen. Erstens kann ich das nicht genießen, das Geld auszugeben um mir schöne Sachen zu kaufen. Und zum anderen würde ich sagen, das süßeste Geld, das schönste Geld, das du ausgeben kannst, ist dein eigenes. Das hat mir mein Vater beigebracht. Der hat gesagt, du willst was haben, du hast zwei Hände, du hast einen gesunden Kopf, naja, bei mir, pff, halb. Und zwei Beine. Geh arbeiten, gib dein Geld aus und nicht das Geld anderer Menschen. Punkt. Von Sugar Daddy halte ich gar nix. Absolut, gar nix. Das ist auch so dumm. Finde ich auch dumm. Ich meine, ich respektiere das, wenn sich jemand für diesen Lifestyle entscheidet. Aber dann ist die Person hingegangen und hat gesagt, das will ich. Okay. Aber für mich, einfach nein, einfach nein, einfach nein. Wer von euch, man sieht euch ja nicht, das ist ja eigentlich fast anonym. Würde gerne einen Sugar Daddy haben oder Sugar Mami. Dein Papa ist ein weiser Mann. Ja, absolut. Mein Papa, mein Papa, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Papa ist ein großes Vorbild für mich. Und ich komme nicht mal ansatzweise daran, was er ist oder wie er ist. Alle schreiben so, nee, niemals. Sugar Mami, easy. Jo, gönnt euch dann. Aber, und das habe ich bei einem Gespräch erfahren, das ist jetzt schon ein bisschen was her, da haben wir da zusammengesessen mit ein paar Leuten und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, dass ja Frauen sich einen Partner, einen Lebenspartner suchen oder so ein Schema haben, zu wem die sich hingezogen finden oder welchen Typ Mann, die sich immer anlächeln. Und der soll ja, genau, der richtige Partner, so. Der richtige Partner, den sich eine Frau holt, mit dem man auch heiratet und so Kinder macht. Hi, ja, hi, hi. Das ist meistens das Abbild vom Papa, von der Frau. Also eine Tochter heiratet quasi so gesehen ihren Vater. So, ne? Das hört sich so ekelhaft an. Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine, ja? Dass quasi der Vater das Vorbild dafür ist, wem man dann später mal heiratet. Dann wurde ich gefragt in der Runde, wie ist denn dein Papa so? Und nachdem ich dir das erklärt habe, wie mein Papa so ist, haben alle Typen gesagt, yo, fuck, du wirst ewig alleine bleiben. Du wirst ewig alleine bleiben. Ich meine, ich so, sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht. Das kannst du nicht machen. Weil mein Bild oder das Bild von meinem Papa, also was ich habe, anscheinend zu weit weg ist von der heutigen Generation und von allen Typen, die es zurzeit so gibt. Und es gibt zu selten Menschen, die so sind. Und Menschen, die korrekt sind, absolut integriert, äh, also absolut integer. Mein Vater hat eine Integrität, das habe ich in keinem anderen Menschen bisher gesehen. Also von Menschen, die ich wirklich auch kenne und auch erlebt habe und persönlich auch kenne. Das kann man nämlich nur erfahren, wenn man jemanden auf einem längeren Zeitraum kennt. Und mein Vater ist der ehrlichste, aber auch der ruhigste. Also der hält seinen Mund, der sagt nichts. Der lässt die Leute machen. Der denkt sich seinen Teil, klar. Aber der lässt die Leute machen. Der hat wirklich so von wegen, mach, was du willst. Ich muss es ja nicht machen. Ist mir egal. Mach, der ist ruhig. Aber, wenn er seinen Mund aufmacht, um was zu sagen, wow, wow, dann kannst du aber erwarten, dass das, dass das, äh, yo, dann ist das nicht ohne. Und dann sagt er das auch knallhart, genauso wie es ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Der geht hin und sagt es so unverblümt, dass du am Ende dich in Grund und Boden schämst. Weil du auch nur ansatzweise irgendwie was gedacht hast oder dich verhalten hast wie keiner. Also, ich kann mich auch in der Erziehung damals sagen. Mein Vater hat selten irgendwas gesagt. Selten. Der musste, damals, mein Papa ist so einer, der musste gucken. Der musste mich nur falsch angucken. Ich hab angefangen zu heulen. Ich hab Angst gehabt sofort. Der hat mir gesagt, bitte Papa, sei nicht böse. Das ist eine Macht, Alter. So Kontrolle über dein Kind zu haben, Alter. Alter, deshalb könnte ich niemals Kinder haben. Ich kann mir nicht vorstellen, Kinder zu haben. Ich hab Kinder gern auf einer bestimmten Distanz. Herr Schrank, es triggert mich irgendwie, dass du deine Kopfhörer nur auf einem Ohr anhörst. Sorry. Aber sonst schreie ich noch mal lauter. Regina, willst du ein Tattoo stechen? Ja. Allerdings wird es ein ganz... Also, ich hab noch kein Tattoo. Aber ich will ein ganz spezielles Tattoo haben. Und das wird einem ganz speziellen Ort bestauchen. Das wird ein ganz spezielles Motiv sein. Und bevor ihr fragt, ich werd's euch nicht verraten. Mittlerweile sollte man sich aber generell genau überlegen, ob man doch Kinder in die Welt setzen will. Das ist echt ein trauriger Gedanke, aber das hab ich mir auch letztens gedacht. Jenny, bin ich voll bei dir. Sie schreibt, ich will auch keine Kinder, aber find's extrem nervig, dass deswegen alle denken, dass ich Kinder hasse. Verstehe ich. Das und noch was anderes, Jenny. Ich glaube, das kannst du zu 1000% nachempfinden. Und zwar, wenn du in einer Runde, vollkommen egal, wer, aber es sind meistens die über 20. Oder schon mit Mitte 20, Ende 20. Oder ab Mitte 20 sag ich jetzt mal so. Wenn du denen sagst, ich will keine Kinder. Hm, das sagst du jetzt. Das kommt noch. Oh, warte erst mal ab, wenn du den richtigen findest. Ach, warte erst mal, bis du 30. Warte erst mal ab, bis du Mitte 30 bist. Oh, das denkst du jetzt. Glaub mir. Glaub mir, es gibt nichts Besseres. Wenn ich dir sage, ich will keine Kinder, dann will ich in diesem Moment keine Kinder. Und es wird sich höchstwahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren ändern. Vor allem, weil Single as a Pringle hier Abandonment Issues hat. Paranoid ist S-Fuck. Und bevor sie erst mal ein Kind werfen kann, braucht sie einen Menschen an ihrer Seite, der über Jahre schon an ihrer Seite war und ihr bewiesen hat, dass der kein Arschloch ist, der fremd geht. Zum Beispiel. Dass er fähig ist für Vaterschaft. Nicht, dass er was zeugen kann, sondern dass er auch was macht. Also, dass er auch wirklich hilft, wenn das Kind da ist. Und dann könnte man überlegen, ob ich doch vielleicht das Gefühl habe, könnte ich Müttergefühle empfinden. Und das ist noch so weit hin. Ich habe keinen Freund. Ich habe noch nicht mal Dates. Und dann kommen die an und sagen mir, wenn du den richtigen findest. Ja, wo ist der? Wo ist er? Der ist eingeschlafen auf dem Weg. Ronaldo, da sind wir uns noch nicht über den Weg gelaufen. Ich hätte den richtigen. Bin verheiratet und trotzdem tickt bei mir nicht die innere Uhr. Bin inzwischen 35. Dann ist das so. Mit dir ist nichts falsch, Alter. Bis zum nächsten Mal.